Bei einem weiteren Let's Play. So, jetzt machen wir weiter mit der Hauptstory. Wir haben in vorherigen Folgen gelevelt, bis Level ins Hale. Und jetzt beginnen wir mit der Story. Und zwar genau jetzt. Okay. Ich muss sie sehen. Ich muss sie sehen. Ich muss sie verstehen. Ich muss sie verstehen, was passiert. Was ist das? Was ist das? Ich bin der Wind. Jetzt fahren wir. Ich mache ihn. Was ist denn los? Die Deming Bandits haben, dass sie knapp eine Fahne von dem Cowboy hier ausgegrabben. Was ist denn los? Die Deming Bandits haben, dass sie knapp eine Fahne von dem Cowboy hier ausgegrabben. Solche dämliche Knappräume. So, was macht man hier? Komm, schießt doch, ey. Ich glaube, die Erstellung hätte ich lieber Waffen kaufen statt Hauptstory weitermachen. Ich habe mich nicht vergessen. Ich... So, den hab ich schonmal. Jetzt noch nicht du. Muss man auch, ey. Wenn die Dinger steuern und mich entziehen lässt, ey. Ja, ja, ich weiß. Nur noch neun... Lebenspunkte. Ich warte mal. So, ich warte? Ja, ich warte. Solange können wir upgraden. Ab, ab, ausgerichtet. Kein Wunder. Machen wir mal das. Oder? Nee. Oder? Ich weiß nicht. Ich glaub... Nee. Lassen wir es mal. Upgrade nicht. Sondern... Ich soll reagieren. Fühlt sich im Leben nicht voll, ey. Egal, der Film mit Ding. Och nee, nicht noch mehr. Nein. 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 Du musst merken. Müssen wir. Müssen. Ja. 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 Dürrg. Gleich verhakt. Sowas von dämlich. Dämlich dämlich. Ich bin d... Ja, komm doch, ey! Los! Oh, endlich. Wir haben schon jetzt versagt, ey. Ja, doppelt, dreifach, dreifach, zum dritten Mal, zum dritten Mal, ey. Gibt es sowas, ey? Wir müssen uns beeilen. Der dämliche Bandit sollte uns nicht entwischen. Ja, frag dich, ey. Das ist der beste Spieler bei. Ich bin jetzt ganz vertrümmt, bin ich. Ah, Chaos gegen, Chaos gegen, wir haben noch ganz viel Zeit, ganz viel Zeit. Ich glaube, der ist gut. Instinktiv bewusst. Scheiße, ich bin. Warte, ey. Ich bin oft verhakt, ey. So was von dämlich, fein, wie ich hier hinfülle. Ich drehe. Verhakt dich, ey. Graboi bei entkommen, ey. Nur weil ich so dämlich bin und nicht... Nein, ich bin nicht dämlich, die Arbeit... Ah, der ist dämlich. Ja, der ist angeblich entkommen. Ja, der ist angeblich entkommen. Dann ist er hier. Ja, der ist angeblich entkommen. Ja, der ist angeblich entkommen. Ey, was läuft da, wenn... Äh, wo läuft da hin? Ey. Ey, Arta! Was ist hier? fuck doch auf e 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Alter Weiteren Folge 6 Guns Und wir haben diese Jahrmaschine so geile Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020